Sooo... Jetzt aber... Ich muss nicht klagen... Ah, ich kann ein bisschen Mühe da gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Doch, ab. Doch, ab. Doch, ab. Na dann sag uns wenigstens, wo der Feind ist. Also ich mag Griffin, es ist halt schwierig zu spielen, weil du mit den Leuten eigentlich nicht reden musst, um den Monster zu finden. Aber für eine random Gruppe ist Maggie besser, ja. Weil dann hast du auch noch einen Hund, der ja quasi von alleine agiert. Ja. Da musst du quasi nichts machen, da muss auch nichts abgesprochen werden. Ja. 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 Ich glaube nicht. Ja. 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 Na hauptsache er ist gleich nicht AFK, ohne Maddick ist es doof. Sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Für den Ruh. Für den Ruh. Mal gucken, wie das dienen soll. Hör! 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 Siehe mit Staub aufführen. Aha! Seht ihr das? Da hinten! Wir sehen dich! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Ja, was du da? Ja, fertig! Okay. Mal sehen, wie das geschieht. Schauen Sie auf, ihr kleine Ding. Dann schau ich auf ihr kleine Ding. Schau ich auf ihr kleine Ding. Schau ich auf ihr kleine Ding. Fälsten anzu! Das stimmt deine Meiner heim. Das stimmt deine Meiner heim. Entfort, du wirst nicht sterben! Alle Waffen wurden bestellt. Ich will, dass diese Faust gerade auf das nicht teuert. Weg ab jetzt, Mühle. Hilfe! Jetzt ziehen wir andere Seiten auf. Wurde jetzt auch draufgehen. Weg die anderen wieder. Wurde jetzt auch draufgehen. Schiehl schwindet! Jägerbraten! Vorsicht! Meine Leid! Wir sind durch die Katze rum! Mach weiter! Ich bin ein Radman! Nee, du musst fliegen! Deswegen sage ich doch, ich gehe nach rechts, du musst nach links! Damit wir, ähm, leben! Ah! Ja! So, ich mach' den Katz mal! So! Ich mach' den Katz mal! Oh, das ist schlecht. Das ist mal ein Schmesser. Musst du? Musst du? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Ah, it's... Ich spüre uns am liebsten, die Goliath. Hank, kochst du heute Abend? Klar, nichts ist besser als frisch gekochtes, um den Geschmack von Sintpaste-Rationen loszuwerden. Irgendwelche Wünsche? Achte diesmal einfach darauf, dass es wirklich tot ist, okay? Was? Mochtest du den gegrillten Schluchthall etwa nicht? Wenn er sich nicht so viel bewegt hätte... Ja, er hat noch Anzeichen von Leben gezeigt. Faszinierend. Ich habe nicht nach einer Medizin, ich bin wieder aufgefahren. Ah, wir haben einen Gehirn. Ah! Fühlst du dich besser? Natürlich tust du was. Ah, das Heilungsfeld ist bereit. Aber hier definitiv nicht. Ja. Heilung ist jetzt möglich. Ich weiß nicht, dass ich den Weg war. Was ist denn so? Das war's für heute. heilung ist jetzt möglich da muss man wohl ohne daisy kacken das kann uns fällt ist aufgeladen aber vielleicht warten wir einfach auf den tod ja 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 Krallungsfeld bereit Krallungsfeld bereit Oh, das ist wie fertig! Ein Riesenmaul, braves Mädchen. Vögel. Das Heilungsfeld ist aufgeladen, aber vielleicht warten wir einfach auf den Kopf. Gut, neuer! Jetzt, solange die Panzerung kriegt, weg! Ich bin verletzt! Ich bin verletzt! Auf Gaul und Schild! Schild ist tot! Huh? Neuer! Das hat sich dann nicht stattgefunden. Wenn das nicht reicht, kannst du ruhig sterben. Falle am Boden! Hier ist der Erdbein. Warum? Das ist der Erdbein. Was ist der Erdbein? Bräute! Das ist der Erdbein. Oh Gott! Oh Gott! Goliath, ein Organ! Du musst da kommen! Henning, ich bin... Ich hab's erwischt! Teilung ist jetzt möglich! Hilf mir auf! Worauf wartet ihr? Ist er noch da? Vorsicht bei diesen Pflanzen! Nein, der Typ! Ah, das Kallungsfeld ist bereit! Ja, das Kallungsfeld ist richtig! Oh Gott! Wie ist das? Ich bin auf die Boden! Wir sind viel zu gehen! Kommt! Wir sind schon ein Aufmerksam! Das Kallungsfeld, was ich jetzt möchte... Nein. Weg hier! Hab nur noch schwachen zu! Ja, mal leer. Genau, fertig. Ah, ich bin da oben. Ja, ich bin da oben. Ja, ich bin da oben. Ja, ich bin da oben. Er verfolgt dich. Er ist zu leicht, aber sonst nicht zu leben. Er kann das ja. Das tut aber nicht, er rennt hier her. Naja, der wollte ja eh nicht spielen. Hände ich 2, leider. Hände ich 2, leider. Ich und mein Tarnfeld. Vielleicht gerückt das. so wenn der heiler nicht heilt und er nur seine drauf schiebt und dann kann ich mal aufhören die vögel das monster kann sich eben nicht vor allem versteckt ich bin allein das muss reichen ja wieder gezeigt da muss ein guter Weg fahren na gut habe ich ein bisschen schade durch das Sturmgewehr gemacht okay eine Runde noch eine Runde noch eine Runde noch weiter ich bin der Medic Das wird spannend. Ich glaube, ich weiß, ein oder zweimal der Medic. Aber gut, das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir auch hin. Der kommt in die Richtung. Heile deine Teamkameraden, ich gehe jetzt nicht an dem Kanal. Ich gehe jetzt an dem Kanal. Nein, 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 das Video brauche ich nicht. Wie gesagt, ich habe es schon mal gespielt, fand es doch gar nicht so schlecht, aber es ist ja jetzt schon etwas, ja. Bucket, du riechst anders. Woran liegt das? Ja, ich habe meine Schmierflüssigkeit abgelassen und untersetzt. Es freut mich, dass es dir aufgefallen ist. Das hast du also mit Abe gemacht. Ich hatte mich nicht getraut zu fragen. Daisy mag das nicht. Du riechst komisch. Das war genau das Ziel. Ich glaube, die heimischen Tiere empfanden mein Schmiermittel als lecker. Warum sollten sie sonst immer wieder versuchen, mich zu fressen? Vielleicht bist du auch einfach etwas knuspriger als wir anderen. Du wirst erstaunt, was ein Schnappmaul alles fristbackelt. Da wird dir eine andere Marinade nichts helfen. Seht ihr das? Die Vögel wissen Bescheid. Ich schäu mich mal ein wenig um. Oh, Goliath! Ich habe es schon gesehen, hier links. Jetzt am Schlusslauf. Oh nein! Ich habe es gelacht. Hilf mir mal jemand! Monster markiert! Ja. Wurde ja noch hier. Kam mit den Kameraden in Reichweite. Stirborganismus! Feuerwöldung! Alle gelegt! Er findet die Reparatur! W-La, W-La, errichtet! Wir haben uns noch ein anderes Problem, leider. Ich bin da, Lex! Ja, das ist nämlich nice. Marca Prone kämpft nämlich hier gerade gegen mich. Also... Geh ab raus! Nice. Maggie ist tot! Nächster. Ha! Da! Das Ding kann sich zwar vor uns mal stecken, aber nicht, wenn es die Vögel auskommt. Mal sehen, was wir sehen. Ziel in Sicht. Goliath! Los geht's! Was ich? Wer ist die Vögel? Ich bin dauernd. Ich bin dauernd. Okay. Aufgang, Warnung! Wir haben uns beide mit. Wir haben die Kontrolle vollständig aufgeladen. Hilfe! Feuer! Ihr habt Aufschwung! Hilfe! Ich hoffe, wir haben die Aufschwung. Ich habe die Aufschwung. ich sehe das ziel und hängt nach deinem fliegenden kopf krieg ich ja, der ist noch eine der weite genommen die anderen sind da die 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 Ah, jetzt gehe ich ein paar Mal, ich bin schon frustriert. Aber ich bin auch noch nicht mal auf mich zu sehen. Na gut, ich bin raus. Ich wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg beim Jagen, egal auf welcher Seite. Wir hören uns lesen.